so weiter geht's mit mass effect 3 und dem verbinden mit den ea-servern was jahre dauert und und jetzt geht es gleich weg und dann kommt es gleich wieder ich will auf spielarten hat er mich reingelegt so letzter spielstand war der hier ich habe immer noch nicht entschieden wen shepard romanzieren soll falls überhaupt ich weiß nur dass es einige einige haben schon korb gegeben unter anderem der und liara für weswegen mich alle bestimmt hassen werden und hier wie heißt der garris aber sie hat sowieso keine zeit für sowas sie muss die welt retten mehr als die welt muss alles retten und okay mir bleibt nur das eine ich muss zur zitadelle die 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 ich weiß es einfach nicht wo die... ach so, ja, Botschaften wahrscheinlich. Ist hier denn im Krankenhaus irgendwer Wichtiges, bevor ich... Dr. Ceylon im Labor... Ah, da muss ich hin. Okay. Hey, Jacob. Hier in einem der beiden irgendein Doktor wahrscheinlich. Äh, ah, da. Ja, gerne. Äh. Ein, ein... Ich erwarte ja keine Fanfaren oder so, aber so ein Hey, Danke... Wäre schon nett gewesen. Willkommen in Serta. Bist du safe? Ja. Ey, lass mich durch. Fap... Part. Botschaft. Hab ich... Hab ich denn außerhalb der Botschaft noch mit irgendwie... irgendwas zu tun. Hier ist natürlich die Ratserin, da ist Jacob, äh... Joker... Yara, Tally... Gericht... Äh... Apollos Café, Ashley... danach mal ins Präsidium Unterhaus gucken. Die sind alle neu. Um... Um... Was gibt's? Was ist ein sehr schweres für die Asari-Republik? Wir verstehen, dass dein Crucible noch ein wichtiger Komponent ist. Der Catalyst, glaube ich, du hast ihn. Wann du wo es ist? Keine Ahnung, nein. Aber wir haben ein Artifakt auf unserer Welt, Thessia. Klassifiert auf höchste Ebene. Was ist das? Es gibt eine Artifakt in einem Tempel, in diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftler wird dabei helfen. Aber dieses Artifakt ist so wichtig, warum halten sie hidden? Auch unsere Allies können ihre eigene Agenda. Ein Balance von Power existiert in der Galaxie, die wir nicht wünschen uns. Die Reapers machen das jetzt. Und jetzt. Und das ist warum ich das mit dir shareiere. Danke. Ich empfehle die Hilfe. Es ist für beide unsere Vorteile. Die Welt hat noch niemals vorgelegt. Thessia hat immer eine Oasis in einer Galaxie fulle von Turmauil. Die Reapers werden das ändern. Ich mache was ich. Ich kann. Mehr Leben beten auf dich, als ein Mensch zu haben. Du hast meine Reapers. Ja. Okay. Dann. Präsidium. Unterhaus. Äh. Die zwei neuen Mal. Abseits des Schiffs. Mal gucken, ob die was zu sagen haben. Oh. Was hat er denn? Wird�al. Wird�al. Mit. Ich muss dich mit meiner Staaten gesprochen. Was? Das ist das? Wird. Die Kuhne. Meine Wanderung. Die Reapers haben er wiem. Wird! Wird. Die Kamel. Unsere Reizi Hetren. Aber deine Folgen können sie retten. Wird. Wird. Wie schade sie? Viele andere Raусen haben uns wiederfacher. Wie kämpfen deine Leute? Proudlich. Mit B.I.-assistenten Infanterie. Unsere Soldaten tragen heavy weapons into battle, mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks, as well as names less flattering. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians, when your forces arrive. Anxiously. I will remain here for news. Please hurry. The Kuna burns. Ja, alles klar. Ich kümmere mich darum. Aber cool, noch eine Quest bekommen. Also sollte ich hier doch mal vorsichtshalber alles ablaufen. vorsichtshalber alles ablaufen. Karek. Aus Weg. Die haben sich nichts mehr zu sagen. Hier gibt's nichts mehr. Präsidium und Haus. Aus nächste Station. Oh. Moment. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Sorry. Ich hätte mein Mikrofon weg geklappt. Ich weiß gar nicht, ob er mich gehört hat. Wahrscheinlich schon. Aber etwas anders als sonst. Ähm. Kaufen. Kaufen. Ja, ja. Danke. Komm wieder. So. Ähm. Kanala Exports is pleased to offer goods for security and peace of mind. Thank you for shopping at Kanala Exports. Gerne. Ich habe jetzt eigentlich genug Geld, um mir diese teuren Sachen aus dem Specter Büro zu holen. Vielleicht sollte ich das auch tun. Ähm. Hier alles ablaufen. Also ich werde bestimmt Sachen übersehen, aber so viel wie ich kann. Wie meine Mughaftigkeit ist erlaubt, werde ich mitnehmen. Ähm. Ähm. Ich habe noch einen gefunden. Ja. Ich habe noch einen gefunden. Die Leute in Zakara auch. Super. Bist du das, Ashley? Das ist ein schöner Platz, Ash. Ja. Ja. All die Shuttle zippen around reminden mich, wenn mein Vater bereit wäre. Wenn mein Vater bereit wäre. Meine Mutter würde uns alle aufbauen, kaufen uns ice-cream, und schrauben uns nach dem Shipyard, um den Transport zu sehen. Ich muss noch nicht resistieren, wenn ein große Allianz-Ship fliehen. Du solltest du hierher bringe Sarah. Ich werde. Wenn sie bereit wäre. Sie mag die quiet. Sie war nicht der Lauf-Tomboy, der sich überrascht wie ich war. Sieht wie du ein paar. Vielleicht. Mein Vater hatte mich. Schade, dass du ihn nie kennst. Er würde dich lieben. Er würde dich lieben. Du denkst, so? Eine blöchene Militärin? Definitiv. Er würde sich versuchen, zu nutzen, seine Williams-Williams-Scharm auf dich. Meine Mutter würde sich lachen, bis er sie weggebracht hat. Ja. Ja. Er würde dich aufbauen, 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 etwas auf der Grillen, und überrascht. Er hat sich gedacht, wie die Leben wäre, außerhalb der Allianz? Oh, sicher. Ich versuchte, gegen die ganze Militärin-Familie, als ich aufbauen war. Als mein Vater und ich in das, versuchte ich, ich versuchte, mit dem nächsten Mann, der kam. wirklich? Er würde sich rüchtern und sagen, gut, ich versuchte deine verdammt von mir selbst. Das hat mich relativ schnell aufbauen. Er wusste, dass ich nie weit entfernt von der Familie. Sie sind alles für mich. Es ist leicht, zu vergessen, was wir kämpeln. Ja. Moments wie das. Das war eine gute Idee. Schön, zu entfernen von der Krieg. Ich fühle mich ein bisschen schuldig, doch. sicher. Aber manchmal musst du wegstehen oder riskieren, zu schuldig. Zu spät. Kein Argument hier. Du bist ein schuldiger Kommander. Du bist ein schuldiger Kommander-Mam. Copy das. Ja, das ist ein schuldiger Mann. Muss zu sein. Ähm. Ist einfach verschwunden. Okay. Wer war hier noch? Tagi und Irgendwer war hier auch noch. Gibt es hier was? Nein. Was mit dir? Hallo. Hm. Das wird nicht so viel Geld ausgeben. Ja, ja. Keine. Du stehst hier so verdächtig rum. Nein. Die sieht so hässlich aus. Ja. 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 Oh nein. Key bot. Sagt, wir laden mich auf. Moment. Ja, natürlich sind wir stolz auf dich, weil du geholfen hast. Aber... So. Es hängt am Kabbald. Und jetzt werden die Taurians die Hilfe bekommen, die sie wirklich brauchen. Ich habe ihn fast erinnern, wer ich war. Ich habe ihn entschuldigt, er hat seine Nose in ihn. Vielleicht haben wir beide ein bisschen geholfen. Die Unterschiede ist, dass du geholfen hast, wenn es sich beteiligt hat. Danke, Shepard. So war das du. Alles klar. Abwehrdrohne entriegelt. Ja, wunderbar. Und tschüss. Ach so, ist hier noch eine interessante Docks Wartebereich. Yarmis, Eddie Joker, Jacob, Bailey... Nein! Ah ja, ich wollte mir noch das Dings kaufen. Die Waffe. Und wieder pleite sein danach. Aus dem Weg. Die fangen ja wieder von vorne an. So... Oh! Auszeichnung für Captain Riley. Captain Riley, eine N7-Agentin, wurden wie gegen ihres Einsatzes auf Sione für eine Tapferkeitsmedaille vorgeschlagen. Eine Empfehlung durch ein Zweck, der würde das Verfahren enorm beschleunigen. Autorisiert. Genehmigung der Versetzung von Private Talavi. Private Talavi hat die Versetzung zu einer Einheit beantragt, die aktiv gegen Reaper kämpft. Eine Notiz von Salton Jolim beweist Private Talavi als ausgezeichneten Techniker aus und empfiehlt ihm für den Einsatz in einem Team, das Verarbeitungszentren der Reaper sabotiert. Ein Inspektorbefehl würde für eine schnelle Abwicklung sorgen. Bitte? Ciao! Hey, bestimmt in den Tod geschickt. So, und zwar wurde mir dieses Sniper hier empfohlen. Und... Und... Deshalb, äh, kaufe ich hier schon. Was ist das? Ähm... Okay, das muss äh, zu irgendwelchen Eklipsen nennen. Und... Und das soll ich irgendeine Asari bringen. Okay. Ist das vielleicht schon markiert auf der Karte? Wem ich? Oh ja. Äh... Vier... Also hier gerade auch ist einfach links. Die da hinten wahrscheinlich. Nein. Ähm... Ähm... Hey, hör auf mich wegzuschieben! Hä? Asari, Kriegstrategin. Die sieht aus wie eine Asari. Warum kann ich nicht mit der reden? Okay, ich hab keine Ahnung. Womöglich ein Bug. Dann der andere Typ. Jacob. Apollos Café, CC, äh, Sicherheitsoffizier, äh, Präsidium und Haus. Okay. Ähm... Ich hoffe, das ist jetzt nicht verwackt. Äh... Blödsinn. So, ich komm von hier. Also ich muss ein bisschen links und dann so ein Treppchen runter und da sollte er sein. Links... Dieses Treppchen runter... Aha! Der ist markiert. Ja, nehm... Ja, nehm... Ja, nehm... Ich probier's noch einmal bei dieser Kriegstrategin. Vielleicht, weil, wenn ich, äh, weil er lädt, äh, wenn ich rausgehe und wieder reingehe. Also ansonsten, hab ich ja Pech gehabt. Ja, jetzt geht's. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin Commander Shepard. Wenn du versuchst, dass ich vorsichtig bin, habe ich etwas für dich. Ein Reaper-Code-Fragment? Ja. Ich kann das nutzen, um ihre strategische Prozesse zu prädiken. Wir werden vielleicht ein paar Welt mit diesem, Commander. Danke. Danke. Gerne, aber sein das nächste Mal nicht verpackt. So, jetzt bin ich aber fertig. Ich freue mich schon, die neue Sniperglay auszuprobieren, wenn ich dazu komme. Und... Und... Geheimes Artefakt finden? Ja, aber wir haben doch noch eine Nebenquest bekommen von dem Typen da. Können wir die nicht machen? Also... Scheinbar nicht. Bin ich blind? Ne, ne? Das sind die einzigen zwei, die blinken. Die sind die... Oh, gut. Oh, gut. ... Nur mal kurz gucken, ob es eventuell ... Geheimnisartig ... Ne ... Ah ... Geheimnisartig 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 ... Pflicht. Dann Ashley oder Tali. Das ist nochmal mit Tali, die hatte doch diese Drohnen. Kann ich noch meine Waffen aussuchen? Ich muss noch die Sniper wechseln. Black Widow, genau. Die wollen wir haben. 7,5%. Mehr Money. Schaden 20%. Präzision 20%. Also Schaden 20% und Ja, das nehme ich auch gerne. Das war auch schön. Das scheint ein Bug zu sein. Leer. Nicht leer. So. Wieso löschte er meine Auswahl immer? War das die Katana oder war das? Ne, ne? War hier. Der Dorn-Hurfer. Okay. Ich habe 6 Punkte. Ah, ich wollte mir dieses neue, ah, naja, okay, dann machen wir andere einen Schuss. Erhöht die Dorn, 40%. Na, Kampf mache ich jetzt nicht wirklich. Äh, Tali. Zwei Punkte. Die Spar ich nicht, ich würde gerne Kampfdrohne voll machen. Und, oh, das ist 8. Pure Biotik. Ähm, 20% Bonus. Ja. Auf jeden Fall. Und dann spare ich nochmal auf da oder hier so. Okay, Gesundheit 3 und deshalb ist die immer so schnell down. Da musst du auch mal irgendwas machen. Bäh.